Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen wie wir das Hexenevent aktivieren und den Loot dazu oder wie wir uns den Loot von dem Hexenevent separat auf der ganzen Map spawnen lassen können. Viel Spaß mit dem Video. So, was müssen wir tun? Wir gehen hin, öffnen unsere Dateien. Wir brauchen einmal die Event-Datei und die Types und in der Event-Datei haben wir das Event Bonfire. Hier. Haufen quasi aktivieren oder deaktivieren. Er ist gerade deaktiviert in der Originaldatei jetzt. Mit dem Event Bonfire können wir den Scheiterhaufen quasi aktivieren oder deaktivieren. Er ist gerade deaktiviert in der Originaldatei jetzt und wenn wir jetzt die Event nur hochladen würden, dann würde das Feuer halt spawnen, aber ohne den dazugehörigen Loot. Dafür gehen wir jetzt einmal in die Types, um uns den Loot zu aktivieren. In den Types gehen wir einfach mit STRG-F in die Suche und suchen uns Event. Und mit Event können wir dann halt jeden einzelnen Gegenstand suchen, der zu dem Feuer gehört, da nur das Bonfire mit Seasonal Event angegeben ist. Jetzt müssen wir einfach nur eine Mengenangabe angeben unter Nominal und Minimal. Und das machen wir mit jedem einzelnen Gegenstand, der unter Seasonal Event läuft. Wir geben halt die Menge an und machen das mit jedem einzelnen Gegenstand, den wir finden können. Speichern uns das ab und wenn wir dann die Events-Datei und die Types-Datei hochgeladen haben, spawnt uns an dem Event Bonfire quasi der ganze Loot mit. Wenn wir das Feuer an sich gar nicht haben wollen, weil warum auch immer, dann können wir uns das einfach deaktivieren und den dazugehörigen Loot, den müssen wir dann einfach nur noch Spawn-Punkte hinzufügen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Farm und Village, kopiere uns das raus, fügen uns das da drunter ein, haben natürlich eine Mengenangabe und müssen halt darauf achten, dass wir bei jedem Gegenstand dann noch die Deloot-Angabe mit wegmachen. Das heißt, wir deaktivieren sie mit 0 und wenn wir das dann mit jedem Gegenstand machen, dann spawnen uns die halt an den dazugehörigen Spawn-Punkten, die wir uns ausgesucht haben. Wenn wir dann weitergehen und davon 20 Stück haben, warum auch immer, dann vergessen wir den Deloot nicht, zu deaktivieren und gehen hin, tun uns wieder Farm und Village einfach hinterlegen und so spawnt uns jetzt 20 von diesen Nasen verteilt auf der ganzen Karte in Dörfern und Farmen. Ja, und das machen wir mit jedem Gegenstand und dann spawnen uns die Sachen einfach random auf der Karte. Mehr ist es auch schon gar nicht gewesen. Wie gesagt, Mengenangaben hinterlegen, Deloot-Angabe deaktivieren, Spawn-Punkte hinterlegen. Wenn ihr das als Gegenstand auf der Karte einfach spawnen lassen wollt oder halt eine Mengenangabe hinterlegen, die Deloot-Angabe lassen und einfach nichts weiteres tun, damit es als Event, wenn wir es aktivieren, bei dem Feuer spawnt. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich. Ist es im Prinzip nichts anderes als wie die Waffen, die farbigen Waffen zu aktivieren. Die AKM, da hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.